Hallo und Willkommen Weiter geht's in The Rising Und ja Ich will hier eigentlich Ein bisschen mehr bauen Und ich hab die Schwierigkeit Mal ein bisschen runtergestellt Ich hab da auch irgendwo gelesen Dass man dann mehr Sachen bekommt So Und da wollte ich jetzt mal gucken So So Okay Dann Hier noch die Sachen Leeren So Und hier noch Ein Lagern So Der soll Hier irgendwo in der Nähe sein Also gehen wir zu dem Vampirportal So Okay wir müssen in die Richtung In die Richtung Okay Ist nur in die Richtung Okay So richtig Okay Okay Ist das hier Banditenkopfabbau Okay Oh Das hier Allein Das hier Das hier Ist das hier Lasst Das hier Oh. Das war's. Oh, da ist Cleaver, der Feuerleger. Oh Gott. What are you looking at, huh? These trappings are near breaking. Oh Gott. 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 Oh. Oh Gott. 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 Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh. Oh Gott. Oh. 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 Oh.